Musik Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Duel Zack mit Abonnenten und Zuschauern heute gegen Invasion Moment, wir müssen mal gucken Invasion SC2 Gut, er hat gesagt, ihm ist egal, was ich für ein Deck benutze Und dann nehmen wir Jo, ist 1 gegen 1 Ich hab nämlich dieses Mal den Challenge Mode genommen Hier mit Rangkampf Einfach mal, um es zu probieren Und wir benutzen gegen ihn mal unser Feuerdeck Das sind die Vulkanischen Wer von euch kennt alles die Vulkanischen kann? Ich kenn sie Ho, ho, ho Die Vulkanischen sind so eine Art Oh Gott Zerstörer ausgewählt Du kannst in diesem Spiel so Kein Angriff, die Klänge Ich greife nicht viel an X-Saber, scheiße Na, das ist nicht schlimm Machen wir erstmal das Spiele Was hat denn unser hier Der hier finden Einmal pro Spielzug Sondern diese Karte im Friedhof hast Ist Kannst du 5 von deinem Deck hinzuzufügen? Okay Wenn diese Karte schnell auf den Friedhof gelegt wird Kannst du einfach ein Monster in dein Deck Okay Dann machen wir unsere Glutkanone Und ja Einmal Sollange diese Karte sich auf dem Feld befinden Kannst du den Angriff von einem Monstern deines Gegners annulieren? Okay, dann machen wir es ganz einfach Benutzen wir den Effekt unserer Kanone Anlegen Zielen Und Feuer Tod So spielt man Ähm Ja, nutzen wir direkt den Effekt Wir zahlen 500 Und können uns einen neuen holen So Jetzt benutzen wir unseren Effekt Und ziehen ihm nochmal ein paar Lebenspunkte ab Hehehehe Zugbänden Ja, ein hinterhältiges Deck ist das Nein, der ruft Gorts Ich fass das nicht Damit hab ich jetzt nicht gerechnet In dem Effekt kann Oh, kann ich nochmal aktivieren? Okay, anlegen Zielen Und Feuer Tod So einfach geht das Down So spielt man Ja, ich hab grad auf die Uhr geschaut Aber bei Let's Do ist das Scheiße Bei Let's Do ist das scheißegal Ähm Wie Viel Zeit ich investiere Hauptsache wir kriegen das irgendwie Vorbei Aha 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 Willst du da so einen Angriff anolieren? Ja Mhm Nur zu schade, dass mein Deck Nicht darauf ausgelegt ist Anzugreifen Normalerweise Ähm Ähm Höhe Anzahl Wo kannst du ein Monster In deinem Friedhof? Opfer Bäm Machst du was? Nein Bottomless Fuck Na gut Aktivieren wir unsere Wiedergeburt Und holen unser Monster wieder Oder will wir uns God's? Nein, will wir uns nicht God's Das wäre affig God's rufen Vulkanische Effekt Schaden Aktivieren Damals war alles besser Als heute Noch mal so ein Vieh Okay Jetzt kommt X Y Z Nein Oh Gott Er beschwert noch was Aha Ja das ist jetzt natürlich übel Ja das kann jetzt schnell nach hinten losgehen So ne X-Saber sind sowieso Kacke Ich hasse sie Ja jetzt kommt das super X-Saber Ja 3100 Punkte Richtig Deines Gegners abzuwerfen Toll Ah Jetzt kommt das schon wieder Oh mein Gott Was ist das? Oh wie ich sowas hasse ne Nein Er hat mir alles genommen Ich fass das nicht Alles Und dazu noch mein Monster Scheiße Naja Wären die Monarchen vielleicht gut gewesen Was soll's Mein Gott Vulkanische habe ich schon lange nicht mehr gespielt Das zeigt auch dass die alten Karten Pfff Wären die Monarchen Wer kann da nichts gegen machen Ja versuch anzugreifen Tata Tataing Schwerkraftbindung Monster mit 4 oder Hymersstern können nicht mehr angreifen Okay Okay das hat nur 3 Sterne Das ist schlecht Fuck Was auch kommen mag Wir stellen uns der Gefahr Und wenn es mal nicht weiter geht Dann bin ich der der zu dir steht Auf unserem Weg Fuck 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 Dada mich Und nochmal Bing Ja Bing Bing Geil Ja okay Wenn jetzt auch so ein schwaches Monster zieht Wie die da Dann habe ich verloren Niemals allein Was ist das jetzt schon wieder Achso mit diesen Zweig selber zurückgerufen Na toll Tja Meine vulkanischen haben anscheinend keine Chance So wie es aussieht Ja ich bin tot Scheiße Ja gut Ja ähm Das war eine schnelle Runde Das waren die vulkanischen Ich konnte sie nicht so spielen Wie ich es eigentlich hätte wollen Tun Egal passiert Und ja Der nächste Gegner bitte Ich warte auf euch Dankeschön fürs Zusehen Ich hoffe euch hat dieser Part gefallen Und schaltet wieder an In der Size Let's do it Zack mit Abonnenten und Zuschauern Haus dahin Tschau Bis zum nächsten Mal Tschüss Euer Dengoku Senpai